ja hallo freunde und herzlich willkommen zur nächsten ausgabe im hielbietigen licht auf wir haben uns ja im letzten video die beiden archer angeschaut mit der kaltweißen und der warmweißen led und das gleiche spielchen haben wir jetzt noch mal mit der t4a vor uns denn auch dieses modell gibt es jetzt hier kennzeichnen mit einem gelben aufkleber noch zusätzlich dass man es gleich erkennt in der neutral weißen ausführung und auch hier werden wir uns noch mal das lichtbild anschauen was denn hier so ein bisschen den unterschied macht im dunkeln an der weißen wand das zubehör ist unverändert lanyard weiterer druckknopf ein bisschen papierkram und hier haben wir jetzt eine xml2 u23 c ausführung interessant weil meistens waren die u2 ja die kaltweißen und die warmweißen dann die t6 aber wir haben hier eine xml2 u23 c wahrscheinlich eine neue ausführung von kree die haben ja leds ohne ende am markt hier haben wir die xpl v6 als kaltlicht led hat sich an den taschen was geändert nein nach wie vor identisch ich hatte ja schon wieder original gepackt die werden uns ja alle mal in einem giveaway verlassen und bis dahin werden wir die heute jetzt noch ein bisschen ausprobieren ja doch man sieht den unterschied denn hier bei den neuen xpl haben wir ein viel kleinere sage ich jetzt mal platine unter dem emitter und hier bei der xml2 sieht man eben noch mehr platine da vorne das ist das plättchen auch mit dem schwarzen rand außenrum ja das ist hier sofort hier in dieser gelben in dieser weißen kunststoff aussparung verschwindet so können wir die als unterscheiden an mir also die warmweiße und hier die kaltweiße ausführung schöne kompakte lampen sind das ja und für alle freunde von doppel a batterie welche sagen ich brauche jetzt hier kein extra ladegerät und auch keine großen teuren 18 650er akkus das hier könnt ihr mit normalen ene dub akkus bestücken da habe ich jetzt aber leider nicht acht stück davon darum nehme ich jetzt hier einfach mal normale duracell batterien und dann laden wir jetzt erstmal hier dieses magazin diese revolver trommel hier mit vier doppel a batterien ganz schön starke federn hier drin warum man die rei macht ist egal diese trommeln hier sind dann verpolungssicher hier haben wir die kaltweiße ausführung eine sehr angenehme taschenlampe von der bedienung her aufmachen vier batterien rein sind verpolungssichere container zack wieder zuschrauben fertig anschalten und los geht's also keine irgendwelche aufwändigen clicky geschichten mit mehreren knöpfen oder sonst was schön massiv verarbeitete batterie magazin hier starke federn also auch dieses magazin ist natürlich egal warum man sie reinsteckt drauf schrauben fertig sehr angenehme lampen natürlich nichts für die hosentasche das ist schon mehr was für ja der rucksack interessant wenn man sie so hinhält haben sie die bedruckung anders beide nach links machten dass man rechts halten damit man es lesen kann und auch hinten die andere richtung und die neue warmweil ist der ausführung die hat jetzt hier noch eine seriennummer drunter aber kann sein dass hier natürlich die neuen modelle auch eine seriennummer drunter kriegen ich glaube das kriegen inzwischen dann alle schauen wir mal hier sieht man natürlich auch sofort wieder ein unterschied am licht das warmweiße ist natürlich schon hat schon einen orangenen touch sehr schön aber das schauen wir uns jetzt auch erstmal im dunkeln etwas genauer an ja hier auf der wand sieht man das schon mal richtig schön bis gleich im dunkeln so und weiter geht's mit teil 2 im dunkeln mit den lampen wir sehen dann hier wieder links die kaltweiße rechts die warmweiße led und zappen wir hier mal die verschiedenen leuchtstufen durch bringen wir sie mal auf die gleichen stufen so beides die schwachen so einmal hier mehr einmal hier schöne großflächige ausleuchtung kaltweiß hier warmweiß geht auch hier schon leicht ins orange über ich hoffe man kann es auch gut auf dem video erkennen warm kalt ja da regelt halt die kamera ein bisschen ab vielleicht gehen wir hier einmal mit der blende eine blende hoch dann bekommen wir vielleicht die helligkeit hin wie sie in echt sich hier darstellt ja das kommt dem ganzen schon näher kaltweiß warmweiß schön angenehm für die augen etwas heller natürlich das kaltweiße preis unterscheiden sie sich auch wieder ein bisschen hier kostet auch die warmweiße variante bekommt man führen für 50 euro 49 90 oder sowas und die für sechs euro mehr die kaltweiße variante 55 95 oder 56 euro unterscheiden sich hier ebenfalls ein paar euro im preis aber jetzt hat man immerhin die wahl zwischen beiden farbtönen wir können hier einen in den turbo modus natürlich mit den 1,5 volt doppel a batterien manchmal ein bisschen unterschied mit den ener loops die haben zwar nur 1,2 volt aber die halten natürlich irgendwie viel länger durch verwende ich eigentlich meistens nur die ener loops in sämtlichen geräten mit doppel a ja man hat jetzt also die wahl man kann sich nicht nur zwischen zig verschiedenen modellen sondern auch noch zwischen zwei farbigen leds unterscheiden entscheiden ja was würde ich bevorzugen ja obwohl das warmweiße angenehmer ist sage ich mal für die augen gefällt mir der hellere rein kaltweiße lichtton etwas besser aber das ist geschmackssache und über geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten ok leute die tn4a betrieben mit vier doppel a batterien man sieht hier an den leds rot brauchen die wieder ein bisschen saft aber da ist mit wärme wirklich kein problem großer alu körper führt das prima ab da geht noch gar nichts danke fürs rein zappen bewerten kommentieren wir sehen uns hier bald wieder auf dem kanal wenn es was neues gibt über taschenmesser oder taschenlampen und wer auf der suche ist nach einer starken lampe mit guter ausleuchtung der sollte sich mal hier die tn4a anschauen die kann man nämlich mit vier handelsüblichen doppel a batterien betreiben und das ist mit sicherheit für einige interessant ok leute bye bye macht's gut